Moin moin! So, dann geht's weiter mit der Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Sie hat gesagt, ich könnte es haben. Warte. Wie wäre es mit dem Ausleihen? Die Piratenanführer haben mich angestiftet. Das klingt gut, denn sie wird total unschuldig, die Piraten. Das gehört in ein Museum. Aber gut. Die Piratenleiter haben mir gesagt, es zu tun. Tja! Was ist hier passiert? Ich habe diesen Houdlum gemacht, mit Ihrem Eidl, Herr Gouverneur. Er sagt, die Piratenleiter haben ihm gesagt, es zu tun. Dann ist er nicht die erste decenter Person, die sie ausführen haben. Was? Das hat geklappt! Die reale Frage ist, wie er in hier kam, während du auf dem Weg warst? Berechtigte Frage! Geh einfach weg, Fester. Ich kann das zu tun. Hm... I'll deal with you later. Sorry about him. He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. So the Piratenleiter's made you do it, eh? Ja. Ja. Nun ja! Well... Relax, Mr. Threepwood. Sie kennt uns. Ich weiß, warum du hier bist. Die drei Prüfungen. Nein, du bist nicht der erste, die es versucht hat. Das war faszinierend. Ja, klar. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? Warum wollen wir das? You don't look like one. Your face is too sweet. Babyface. Oh... Babyface. Babyface. Grrr... I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do? I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Oh, nein. Du hast es falsch genommen. Nein. Okay, er kann nicht. Gringli? Er hat ein bisschen zu blöd gedacht, die Hormone gingen mit ihm durch, da hat er kein Wort mehr rausgekriegt. Woher denkst du, du gehst, Thump Wind? Es... Was? Warte? Es ist ja nicht zu spät, um Freunde zu werden. Ja, warum denn nicht? Du weißt, es ist nicht zu spät, um uns zu machen und Freunde zu sein. Ja. Und es ist auch nicht zu spät, um dich zu töten und trotzdem zu den Bar zu machen. Das sind wir so nett. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantaloons pal. Können wir gewinnen? Your troublemaking days are over. Wir sterben jetzt. My plans for the governor are far too important. And much to know in completion. To risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake. Spicecake, or Droopface, or whatever your name is. Dieser blöde Name auch, right? Guybrush-Spiceboot. Das ist der Name. This might actually turn out to be a pretty good day. Der Tag ist schon rum. Es ist schon dunkel. So, bitte sehr. Übernimm du auch die Steuerung. Ich hab keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall kein Zeitlimit oder so. Denk mal, er kann zehn Minuten die Luft anhalten. Ach so, ja, dann weiß ich nicht. Was sollen wir machen? Haben wir da irgendwas in der Liste, was wir tun können? Äh, wie geht's was? Das glückliche Metzgerbeil, messerscharfe Schere, Schwert. Ich bin eigentlich für die Schere. Wahrscheinlich funktioniert die nicht. Man kann't reach that from here. Ah, er kommt da nicht ran. Man kann't reach that from here. Kommt da auch nicht ran. Man kann't reach that from here. Er kommt da gar nichts ran. Also, was haben wir da im Inventar? Man kann't reach that from here. Du musst wahrscheinlich den Seestern nehmen. Geht nicht. Ach so, geht nicht. Naja. Jetzt wäre so abgetauscht halt. Ja, aber wir haben auch nichts. Also, vielleicht die Schaufel irgendwie was. Weiß ich nicht. Ob man das Ding da ein bisschen ausbuddeln kann. Klappt so nicht. Was haben wir noch? Nicht wirklich viel. Mit der Vase wirst du ja auch nichts machen können, oder? Nein. Kann das Ding nicht einfach selber hochheben? Natürlich. Spielelogik. Ja, siehste. I guess I'll be needing a sword. Ja, nee. War das verschwert noch ein bisschen. This one will do. Ah, es ist klar. Erst denkt man natürlich die Sachen, die da rumliegen. Ja, ja. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Inventar eventuell. Aber ja, deswegen dachte ich einfach hoch. Ach, wenn das du draufgekommen bist. Ja, kannst mal sehen. Hat ein bisschen gedauert, aber ich denke, das war noch im Zeitraum. I'm so confused. Hey, what are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. Oops. What? By whom? LeChucks caught her on that ship that just sailed off. He caught her alone when she came down here to rescue you. I'm afraid we've seen the last of her. Nein. Hast du gesagt. So where were you this whole time? Sleeping? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. Auch wahr. Why don't you think we'll see her again? LeChuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him. Wir sind dumm genug, wir bringen das. Hey, good luck. Oh yeah, I almost forgot. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what you say. Oh, governor. Why did you have to risk your life for me? Maybe you cared for me more than I thought. Just as I now realize how much I care for you. It's my fault the governor's in this mess, and I swear I'll get her out of it. Even if I have to sail to Monkey Island myself to get her. Attention, pirates of melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. Oh. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Ja. Ich glaub dem nicht. Jetzt geht's jetzt aber in die Bar. Die ist leer. Nimmst die ganzen Krüge mit? Ja. Mhm. Oh, da kann ich nix tun, das macht das einfach so. What's wrong, old sot? Ich weiß da auch nicht warum. Er denkt gar nicht an sie, er denkt nur an sein Geschäft. What can I do to save her? You must get a ship and go after her. The ghost pirate's lair is on Monkey Island. Everybody knows that. Don't ask me how. All you need to do is find a way there. Where can I get a ship? Why, it's smiling stands you shipyard. Same as everybody else. Tell them I sent you. We're old friends. Das hört man gar nicht. Doch, das hört man. Nein. Will you join me? I'm sure you understand. Darcy. Give me a drink. Get your own drink. Right. I'm off. So macht man auf jeden Fall Kunden. Ganz ehrlich. Wiss. Warum? Warum? Warum sollten wir ihm schreiben? Was willst du jetzt mit den ganzen Krügen in der Küche gehen und da was reinfüllen oder sowas ähnliches? Ja. Ich nehme das jetzt mal vorweg gleich. Die Brühe. Das scheint nicht zu funktionieren. Keiner gehört. Ja, jetzt hast du das Fleisch, das hast du jetzt die Döffelgifte und jetzt packst du da auch überall Gift rein oder was? Ich will die Zipi schließen. Jetzt muss ich schnell machen. Warum? Achte auf den Becher. Oh. 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 Weiter, 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 weiter. Er geht nicht. Doch, er geht. Alles gut. Weiter. Zu spät, oder? Ach, nee. Ah, deswegen hast du mehrere genommen, damit das zeitlich hinhaut. Genau. Okay, okay, okay. Boah, ich muss aber sagen, gut, dann dieses Geklicke, 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 ne? Den hatte ich ihn ja vorhin auch in der Bar nicht ausreden lassen. Geh schon rein. So. Ja. Hey, Grey, ein Drink. Ich bin wirklich faszinierend. Yikes! Ey, das ist echt getrunken, so drüben wie der ist. Wow. Und du denkst, ich habe das Sachen tränken? Ich bin frei! Okay, ja. Oh ja, danke. Jetzt weißt du, warum das so drüben ist. Deswegen, wie gesagt, ich habe das jetzt leider vorweggenommen, anstatt ein bisschen zu grübeln. Aber ich hatte das. Sie hat den faszinierenden Piraten LeChuck getrunken und hat sich gegen ihre Wille in seinem secretem Geheimdienst gehalten. Ich sehe. Well, Jess, hmmm. Was genau hast du das Leben, das transportieren? Ja. Well, Jess? Ja, natürlich. Naja, gut, klicken, gehen, klicken, versucheln, ne? Hey, schau nach dir! Ich hatte tatsächlich einen Monke! Warum ist die Rattest schon leer? Ich kann nicht glauben, dass ich dafür falle. Ja. Ein ziemlich guter Trick, doch. Aha! Nur bei dummen Leuten funktioniert sowas. Inzwischen. Ja. Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Ich bin nur bei dir, um zu begratulieren Sie auf Ihren Geheimdienst. Kapitän? Kapitän, bist du gut? Oh, ich bin ein bisschen. Danke schön! Wolltest du dann aufzunehmen Mr. Threepwood? Geidbrush Threepwood wird nicht ein Problem sein. Wenn du wüsstest. Er ist 20 Meter unter Wasser. Wahrscheinlich blotet er wie ein galtes Pog. Seine Augen sind durch die Kräbe getrunken. Fische schwecken an seinen Fingern. Das macht dich aus, oder? Aber manchmal sind es die dummsten, die einen Strich durch die Richtung machen. Das macht es sicher. Jetzt fahre auf die Route. Sicher, dass es festgelegt ist. Aye, Aye, Captain. So, jetzt haben wir den ja befreit und der hat jetzt quasi ein Schiff für uns. Nein. Nein, der hat das überrascht. Also brauchen wir noch ein Schiff. Genau. Also die Items, die wir alle haben, sagen mir im Moment eigentlich gar nichts. Der ist ja nicht da. Aber du kannst ja mal klingeln. Vielleicht kommt er dann ja wieder. Nee, noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal wegen... Ich glaube, die Krüge würde ich ja fast behaupten, dass wir die schon gar nicht mehr brauchen. Erstmal zumindest. Würde ich meinen. Nein. Nein, wussten sie nicht. Ja klar. Ich würde das zweite nehmen. Das zweite? Okay. Ich gehe nach diesen Immaterial-Authority-Figure-Nappern. Sind Sie mit mir? Naaah. Well... Nun... Ja klar. Und wir sind hier ein bisschen beschäftigt. Jaaaah. Und wir haben den Circus zu denken. Wir müssen den Elefanten finden. Find den Rett. Jaaaah. Und geh weg von diesen Minuten! Ich bin sorry. Wir können einfach nicht in dieser Zeit gehen. Oh. Okay. Weiß ich nicht. Kann man den überhaupt kriegen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, den sowieso nicht. Entschuldige mich, Badu. Jetzt ist es nur du wieder. Ich sagte dir, es gab nur eine in der Existenz. Jetzt gehen wir los. Oh mein der. Siehste, sag ich doch den sowieso nicht. Dann besuchen wir jetzt mal Stan. Lau. Warum hast du den Namen eben so blöde betont? Weil Stan. Entweder mag man Stan oder man mag ihn nicht. Da ist nichts dazwischen. Gibt kein Gezo? Nein. Warum nicht? Vielleicht finde ich ihn geht so. Dann, hier ist noch kurz Kopfhörer. Warum? Weil du trotzdem seinen Gelaber hören musst. Ja, dann musst du mal. Howdy! Der da? Ja. Ich bin Stan, aus Stans bereits eigenes Vesseln. Und ich würde auf meinem Kopf stehen, um dir ein Problem zu machen. Welche Art von Kraft suchen? Was slopes die sage? Arbeit portfügbar? Wie gut seien ich ihn? Was faßt? one? Wunschung? Wunschung. Wunschung. Und wenn du nicht Parliamentан hast,ohl ich bin! Wenn ich nicht Parliamentan법 verlesen, Und ich möchte denyk Train mit dabei sein, dass du das hier ganz Marc CAP plasterierst. Denn wenn du幸 meiner Angst Force hast, dann denke ich? Aber duthankst lachen sie hier denn heute finde Ihre Behörersinnen sie staring. Wie sagst du? Was weiß ich nicht? Schau mal an alle diese Schiffe. Ich habe etwas für alle. Komm, schau mal. So toll. Was sind Sie interessiert in den Verkäufer? Zeigen Sie mir das beste Schiff, das Sie haben. Ich würde fast sagen, etwas nicht so teures, aber sehr stabiles. Wir haben nicht so viel Geld. Ich kann auch das eine mit dem einen Euro da nehmen. Dann gehen wir runter. Spritzbar. Ich kann auch sagen, dass die Qualität viel bedeutet für Sie. Das war aber gut. Ich meine, nur schau mal an die Art, wie Sie sich schrauben. Wie ist das? Wie ist das, Baby? Sie kommt von einem Land weit nach dem Norden. Wo der Meer ist so unvergültig, wie die Männer sind. Und, hey, Sie würden nicht von dort sein sein, würde Sie? Nein. Sie scheint einfach zu haben eine Art Nordische Qualität. Insofern, wir sprechen hier über eine echte Wert. Was sind Sie hier? Lass uns über Geld sprechen. Dein Geld. Äh... Nicht mehr als 174 Goldstücke. Ja. Oh, nicht mehr als 174 Stücke von 8. Ich bin glücklich, dass dieses Schiff nicht Hörer hat, mein Freund. Die. Weil, wenn sie so gemacht hat, würde sie deine Gesichter schrauben. Ich wüsste, dass Sie genug Geld für diese Transaktion tragen. Sie hätten keine andere Finanzen, die die haben. Haben wir die? Äh... Ich habe lediglich dieses Gummiohn. Das nimmt er sowieso nicht. Eigentlich, ich war hoping, du einen an Kredit bekommen. Sorry, kid. War irgendwie klar, dass er das nicht macht. Recht hat er. Also gehen wir jetzt doch wieder zu dem Laden. Arbeiten da. Mh... Nimm trotzdem die Option mit. Ja. Ich habe schon einen von diesen. Mh... Du hättest nicht, dass du keine andere Finanzen für die Finanzen haben, würde du? Und der zweite Frage, das könnte nicht das Land für mich sein. Natürlich nicht. Du schaust für ein viel größeres Böck. Ich kann es dir sagen. Also, was kann ich dir noch zeigen? Hast du dir nicht zugehört? Ich muss noch etwas nachdenken. Bringt dir nichts, denke ich. Nö. Nö. Außer du kannst ja Sprit sparen. Nö. 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 Okay, das ist ja her. Nö. 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 Er wird zurück. Du hast bereits das T-Shirt bekommen. Was willst du jetzt? Nicht so unfreundlich. Ich möchte, dass wir beide Freunde werden. Ich möchte, dass wir Freunde machen und Freunde sind. Ich möchte, dass du weg gehst und mich allein verlassen. Ich hätte wohl das untere genommen. Das ist dann die Gouverneurin. Der Gouverneur hat gebrochen. Was? Das ist schrecklich. Ach, das ist halb so wild. Juhu! Gut, sie haben wir schon mal mit dabei. Ja, das ist Nummer 1. Ob ich mich dann sicher fühle? Ja, wobei, sie ist ja nicht blöd oder so. Nein, nein. Vielleicht fühle ich mich etwas sicherer. Aber sonst so. So, das heißt... Der Zirkus ist übrigens eine Frage. Die schließen sich nicht an, oder? Nein. Gut. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch da sind. Da steht Zirkus, die sind noch da, also... Wir können ja kurz gucken gehen. Kannst du die 3 Deppen in der Stadt dazukriegen? Äh... Soll ich dir also sagen, wer es ist alles? Nein. Ich habe nur gefragt, ob das möglich ist. Okay. Soweit ich weiß, nein. Die nicht. Okay, die nicht. Deswegen Zirkus mal gucken. Those crazy Spaghetti Brothers are still in there. Die sind auch noch drin, aber... Ja, ja. Da sage ich dann, die gehen nicht. Gut, okay. Dann schauen wir mal im nächsten Part, wen wir uns noch so dazuholen. Aber wir brauchen noch ein Schiff, also brauchen wir auch Geld. Also ich bin immer noch der Meinung... Wenn du aufgepasst hast, dann weißt du, wen wir noch dazuholen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute das werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir trotzdem erstmal Geld brauchen, ne? Ja. Ja, und das bestimmt in dem Laden, wenn wir bei dem Alten klingeln. Äh, ja doch, unter anderem. Ja, dann schauen wir mal. Also dann, bye bye. Bis zum nächsten Mal.